Jetzt brauchen wir ja nur noch eins, Auge haben wir, den Rest haben wir bezeichnet, jetzt brauchen wir noch ein Objekt. Nehmen wir mal als einfaches Objekt einen Punkt in der Objektebene. Ja genau, in der Objektebene. Also der Punkt P hier, das wäre unser Objekt. Und dann ist ganz klar, wir machen genau das, wie es bei dem Dürer beschrieben worden ist, also in der Schnur beispielsweise und bei der Laute. Wir zeigen jetzt ein Sehstrahl von Punkt zum Auge, also wir verbinden die durch eine Gerade. Ja, und dann können Sie sich natürlich vorstellen, irgendwo schneidet dieser Sehstrahl diese Gerade. Halt, da muss ich zurückgehen, Moment. Der schneidet die Bildebene in einem Punkt, genau einem Punkt. Angenommen, der wäre hier. P' P' ist also der Schrittpunkt, lassen Sie mich das so schreiben, von PE mit der Bildebene. Und ganz klar, dieser Punkt, der liegt an der Bildebene, das ist der Bildpunkt von P. So, Sie können sich jetzt vorstellen, je weiter der Punkt P, also das Objekt, nach links wandert. Also, je weiter dieser Punkt sich von der Bildebene entfernt, der Abstand vergrößert wird, desto höher liegt dieser Bildpunkt P'. Und es gibt da eine natürliche Grenze, die Sie auch kennen, wenn Sie mal Urlaub gemacht haben am Meer, dann sehen Sie vor sich den Horizont und weiter können Sie nichts sehen. Und den Horizont und den Horizont zeichnen wir hier ein. Also Horizont, eine ganz wichtige Linie. Und dazu gehen wir folgendermaßen vor. Wir gehen vom Auge senkrecht zur Bildebene direkt rüber. Also wir fällen vom Auge, so müsste man sagen, das Lot auf die Bildebene. So, dieses Lot schneidet die Bildebene wieder in einen Punkt, V. Dieser Punkt kriegt eine Bezeichnung, das ist der Fluchtpunkt oder Hauptfluchtpunkt. Und durch diesen Fluchtpunkt, diesen Hauptfluchtpunkt, wir wollen genau sein, Sie werden feststellen, wir haben es nicht bloß mit einem Fluchtpunkt zu tun, also mit diesem Fluchtpunkt, sondern noch andere dazu. Das ist der Hauptfluchtpunkt. Durch diesen Hauptfluchtpunkt geht der Horizont. Das ist eine Gerade, die parallel ist zur Grundlinie und durch das V geht. Ja, lassen Sie mich das wieder blau einzeichnen. Parallele, parallel zur Grundlinie, das passt natürlich nicht ganz, sieht nicht ganz parallel aus, also nochmal zurück, rückgängig, so irgendwie. Also so. Das ist der Horizont. Das schreibe ich mal hier unten noch hin. Demnimmt geben wir einen kleinen Buchstaben, kleinen H. Das ist die Parallele zur Grundlinie durch V. Und der gibt mir den Namen G durch V. Kürzen wir ab. So, also nochmal, den Fluchtpunkt finden wir, indem wir das Lot von E auf die Bildebene konstruieren. Dieses Lot ist automatisch parallel zur Objektebene. Weil Sie wissen ja, Objekte und die Bildebene stehen senkrecht auf dem Land. Ja. 더� seber oder sagt schon mal, was wir gleich noch nicht so gut. Das sind zwei Minuten. 어가 ich losorryücken. Was die Ler rantee? Jetzt schön drauf, bist du halt vor Conversation? ціi. Sie sollten sich merken, den Begriff Hauptfluchtpunkt, wie wir den kriegen, wenn wir das Auge haben, dann steht es, Lot von hier auf die Bildebene, automatisch der Schnittpunkt sozusagen mit der Bildebene ist dann das V. Dieses Lot ist automatisch parallel zur Objektebene. Sie sollten sich merken, die Begriffe Grundlinie, Objektebene, Bildebene, ganz klar, den Horizont erhalten wir, indem wir eine Parallele durch den Hauptfluchtpunkt zur Grundlinie ziehen und dann hätten wir eigentlich schon alles. Der Bildpunkt von einem Objekt, Punkt P, ist der Schnitt der Geraden von P nach E mit der Bildebene. Also nochmal, Konstruktion des Bildes. Das ist so wichtig, dass wir es nochmal aufschreiben. Wir werden es gleich entsprechend anwenden. Nochmal, wir verbinden das Auge mit dem Objekt, Punkt P. Die Gerade P, E oder E, P, in Klammern, das ist gleich der Sehstrahl. Schneidet die Bildebene im Punktgestrich. Ganz klar, Bildpunkt liegt in der Bildebene, ist klar. Den Bildpunkt hätten wir auch konstruieren können, jetzt hier in unserem Beispiel, ohne dass wir uns Gedanken gemacht hätten über den Hauptfluchtpunkt oder den Fluchtpunkt. Deswegen stellt sich sofort die Frage, wozu ist eigentlich dieser Fluchtpunkt gut? Dazu erinnern Sie sich nochmal an die Einführung. Da haben wir auch schon kurz über die Perspektive gesprochen und ich habe Ihnen so den Hauptsatz der Perspektive dabei angegeben. Nämlich genau das, was Sie gewohnt sind, wenn Sie hoffentlich nicht auf den Bahnschienen stehen. Erinnern Sie sich, parallele Linien schneiden sich in einen Punkt. Die Bilder, die Bilder paralleler Linien schneiden sich in einen Punkt. Das ist so der Hauptsatz. Und das wollen wir uns klar machen, warum das so ist. Dazu ist der Fluchtpunkt da. Brauchen Sie wieder entsprechend die, Sie haben ja noch ein zweites Bildchen mit den Ebenen. Das brauchen Sie wieder. Ich zeige das hierher. So, zeichnen Sie da einfach mal ein Objekt ein, nämlich so eine Bahnschienensituation auf der Bildebene. Nämlich zwei parallele Geraden und die senkrecht auf der Grundlinie stehen. Die nennen wir L1 und L2. Also ich hoffe, Sie kommen mit dieser mathematischen Abkürzung klar. Das heißt, L1 ist parallel L2. Und außerdem soll gelten, dass die senkrecht auf der Grundlinie G stehen. So, wir kriegen da markante Punkte, indem wir einfach diese Bahnschienensituation mal nach. Zeichnen. Da haben Sie sozusagen so im gleichen Abstand immer diese, ja diese, ich weiß nicht genau, diese Querbalken und die sind natürlich dann parallel zur Grundlinie. Vielleicht noch, damit da keine Verwechslung auftaucht, die L2 und L1 und L2, die sind natürlich, die liegen in der Objektebene. So, wir brauchen wieder irgendein Auge, das ist ganz klar. Das nehmen wir uns irgendwie hier, Beobachtungspunkt. Und von diesem Beobachtungspunkt können wir ja sofort den Hauptfluchtpunkt konstruieren. Sie wissen, wir fällen das Lot auf die Bildebene durch den Beobachtungspunkt E. Das machen wir einfach mal. Na, so wird es nichts. Wir erhalten den Hauptfluchtpunkt als Schnitt. Und Sie können den Horizont noch einzeichnen. Der ist aber, ja, den zeigen wir ein. Ich zeigne den mal gestriegelt ein. So, Sie haben jetzt markante Punkte. Was wir jetzt machen wollen, ist, wir wollen die Bilder von L1 und L2 konstruieren. Wir wissen ja, wie wir fortzugehen haben. Punkte auf der Objektebene mit dem Auge verbinden und die Schnittpunkte auf der Bildebene betrachten. Dazu zeigen wir nur noch eins ein. Wir machen uns nochmal klar, dass wir hier an der Stelle rechte Winkel haben. Die sehen zwar jetzt nicht aus wie rechte Winkel, aber das haben wir ja da beschrieben. Und hier haben wir die Grundlinie. So, wir brauchen nur Punkte auf L1, um das Bild von L1 zu konstruieren. Das machen wir. Suchen wir uns Punkte. Und dazu sind diese Querbalken richtig günstig. Ich glaube, die reichen uns schon. Und vielleicht noch den hier. Also diese fünf Punkte, die können wir jetzt auch wieder bezeichnen, wollen wir jetzt nicht machen, sondern wir wissen, wie wir fortzugehen haben. Wir nehmen entsprechend die Geraden. Wir nehmen unseren Punkt her, den ersten von links, verbinden den mit dem Auge. Das machen wir mit dem zweiten und so weiter. So. Sie sehen, wir bekommen da so ein Strahlbüschel, muss man sagen. Das ist wie so ein Fächer. Wie so ein Fächer. Und jetzt stellen Sie sich vor, Sie hätten diese, ja, Sie hätten nicht bloß Sehstrahlen gezeichnet von den entsprechenden Punkten hier, den blauen Punkten, wo die Querbalken geschienen, sozusagen steigen, sondern von allen Punkten auf L3. Dann wäre das eine Ebene. Dann wäre das Rote eine Ebene. Und deswegen benennen wir die mal mit K. K, das ist die Ebene, die von den Sehstrahlen aufgespannt wird, von L1. Also den Sehstrahlen, das bedeutet natürlich entsprechend, Punkte auf L1 mit E verbunden. So, jetzt haben wir wieder die Situation K, dieses Strahlenbüschel, das spannt die Ebene auf. Und wir haben die Bildebene. Also zwei Ebenen, die sich schneiden. Zwei Ebenen, die nicht parallel sind und die sich schneiden. Was erhalten wir dann als Schnitt? Was für ein geometrisches Objekt, wenn sich zwei Ebenen schneiden, die nicht parallel sind? Ja. Ja, eine Gerade. Das wollen wir ja auch haben, weil wir wollen ja das Bild von L1 haben. Das heißt, der Schnitt von dieser, von der Ebene K mit der Bildebene ist das Bild der Geraden. Held L1. Das heißt, der Schnitt von der Ebene K. So, das heißt, wir haben ja hier nur einzelne Strahlen, die die Bildebene schneiden. Das heißt, wir kriegen erstmal einzelne Schnittpunkte und die können wir dann entsprechend verbinden. Also die zeigen wir jetzt hier mal so frei Hand ein. Moment. Da unten kriegen wir sicher einen Punkt, ja, der Schnittpunkt von L1 mit der Bildebene, der bleibt sicher da und dann können Sie entsprechend hier die Punkte einzeichnen. Genau können Sie es nicht machen, das ist alles nur Vermutung, aber wir wissen das und das können wir auch gleich beweisen. diese Punkte liegen auf einer Geraden und diese Gerade, die geht durch den Fluchtpunkt, durch den Hauptfluchtpunkt V. Also das Bild von L1 geht durch den Hauptfluchtpunkt V. So, genau das gleiche können Sie jetzt mit L2 machen. Mit L2 kriegen Sie wieder so ein entsprechendes Sehstrahlen, kriegen Sie entsprechende Sehstrahlen, kriegen so eine Strahlenbüche, diese Sehstrahlen von L2 spannen auch wieder eine Ebene auf, diese Ebene schneidet wieder die Bildebene, das heißt, wir kriegen auch das Bild von L2 ist auch eine Gerade, nämlich der Schnitt von dieser Sehstrahlen-Ebene mit der Bildebene und auch die diese Gerade die geht durch durch den Hauptfluchtpunkt, wie wir gleich beweisen werden. So, haben wir das hier so, das ist L1, das hier ist L2' und wir schreiben das als Beobachtung erstmal auf, L1' geschnitten mit L2' ist gerade V. Also eigentlich ist es eine Behauptung. Diese Behauptung wollen wir zeigen, aber bevor wir das machen, können wir, also nehmen wir mal an, wir hätten das gezeigt und das ist wahr, dann können wir festhalten, dass wir jetzt wissen, dass Bilder von Parallelen Geraden, die senkrecht auf der Grundlinie stehen, sich im Hauptfluchtpunkt schneiden. Das wäre eine Folgerung, eine erste Folgerung. Das machen wir mal so in der Reihenfolge. Also fassen wir das zusammen. Erste Behauptung, V liegt auf L1' und V liegt auf L2'. Können wir kurz Schrift schreiben, aber das geht so, das ist das Erste, das werden wir beweisen. Und die Folgerung wäre ein bisschen Vielen Dank. Vielen Dank.